Am Donnerstag ist der neue lego modus in vorteil rausgekommen und er ist einfach Geisteskrank aber auch schaut einfach mal selber freunde wir sind in fortnight ja oder doch vielleicht aber minecraft oder lego halt Der ohne spaß ich hätte niemals gedacht dass das von fortnight gehen wird wo ich bin hier einfach Ich bin so erkältet holy shit ich bin hier einfach irgendein ich bin ein lego charakter Bro das ist so krass der ja ehrlich ihr seht ich habe schon so kleines dorf aufgebaut das ist der neue lego modus den wir hier haben Der sieht so brutal krass also ich habe einfach mein fortnight skin als lego skin und spiele hier so eine open world mäßig wie minecraft Eigentlich ihr seht ich habe hier schon meine kleine bude aufgebaut hier ist mein schlafplätzchen Und die haben wir so einen schlafplatz für den breter unten hier haben wir unser feld schon gewachsen kurs So kann ich das nicht der es geht nicht Ich weiß auch nicht ich habe immer hunger der typ hat glaube ich bei mir noch nie kein hunger gehabt bin die ganze der menschen der trotz Die ganze zeit hunger Recht dunkel hier drin so sieht es schon hell aus Das sind so eine höhle ich weiß nicht wo ich hier bin weiß ja auch nicht ich weiß auch nicht was man hier machen kann Ist mein kumpel gerade ist mein kumpel gerade gestorben nein Ich muss raus ich habe mein kumpel ist gestorben Warte ich töte mal hier kurz das chicken Ah da ist er ja wieder Was ist denn mit dir passiert Oh shit Der hat eine Rüstung glaube ich Ah ja warte der hat irgendwas hier Mein kumpel ist immer noch da oben Geh weg Also Oha das sind drei oha Oha Erstmal rennen ich muss mal durchziehen Okay ich helfe mein brä er ist gestorben Oh shit aber mein schwert mein schwert nein Du bitch Was bist denn du Jo Ähm Gut Ich fände hier nie wieder raus ich weiß jetzt schon nicht mehr wo ich bin Achso Passt Ich bin so ein baumeister pro wirklich Nein laber nicht Ich glaube ich muss doch mal so ein ding bauen oder Digga Crazy Einfach Bin ja einfach wie ein fortleiter bauen Kann ich dich irgendwie in mein dorf einladen Liebe in meinem dorf Ja ja Ein Fleckchen nur für mich Das klingt gut Aber dein dorf erfüllt meine Anforderungen Was willst du denn du Mein dorf ist zu bewohnt Dorfel erhöht werde ich mir das mal überlegen Okay warte Ich glaube hier kann ich das erhöhen Aber die Frage ist wie Dorf aufwerten So Holz Ein Holz das gewinne ich im Gras Kurz Wasser eingießen Was ist das denn Kollege warte Ein Lama Hä Das ist ein Lama Oha Jo Was habe ich alles bekommen Weg оре ist das WelIND Wo 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 Что Wo 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 mu Wo 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 Achso. Ja, ein Panzer hat das gegeben. Cool. Yo. Nee, bitte. Oh, ihr seid Gegner. Fortnite-Skins als Gegner. What the fuck? Die Bitch. Kumpel, hinter dir. Lass meine Sonne in Ruhe. Die Bitch. Yo, Sprengpulver. Einfach eine Fortnite-Kiss. Brot. Granittafeln, okay. Was weiß ich, wenn ich... Oh, einfach ein ganzes Baguette. Drei Kollegen. What? Eine Wolf. Oh, das ist voll OP. Du Kack-Wolf, Digga. Warte, ich muss meinem Kollegen irgendwie helfen. Du Bitch-Spinner. Bis jetzt habe ich nichts gefunden. Silas. Hallo. Man wird immer mich wandern, aber hier kannst du mich Silas nennen. Ja, hallo Silas. Wie schön, dich zu treffen. Ich muss ein paar Beine dafür aussehen. Das ist immer guter, vorher zuhören. Kann ich dich... Warte, warte, Brie. Bleib mal stehen. Ich möchte... Schließe dich meinem Dorf an. Suche nach ein Neuer. Bleib jetzt hier. Ja, müde. Vielleicht sollte ich in dein Dorf ziehen. Ja, schließe dich an mein... Hm. Dein Dorf klingt etwas zu bevölkert. Ach, fick dich. Uhau. Uhau. Okay, cool. Aber man kann sogar sprinten. Was? So, jetzt soll es gehen, ne? Okay, gut, passt. So, jetzt können wir das auf Level 3 machen. Dorf aufwerten. Yes. Level 3. Passt. Bob, der Baumeister bin ich hier. Wow. So. Du kommst einmal hier hin. Mohamed, mit einer Tür. Crazy. So, du kommst hinten mal hin. Geht das jetzt nicht? Ah, ist so. Fand mal, ist so hell. Kollege, mach das Licht aus. Also, diese Minecraft-Welt mit Kollegen wird saugeil. Alleine, muss ich sagen, wird es mit der Zeit ein bisschen langweiliger. Also, jetzt ist es noch okay. So an sich. Aber mit der Zeit ist es halt nicht so spannend alleine, weil du halt, ja, ganz leicht alleine, ganz leicht hier alleine am rumsteppen bist. Aber wenn du mit Kollegen das Zeug machen kannst hier, dann, ich sag ehrlich, auf jeden Fall. Warum nicht, hä?